November 2016 sowie der 155. und 156. Sitzung vom 24. November 2016 sind in der Parlamentsdirektion aufgelegen und wurden nicht beanstandet. Verhindert heute sind die Abgeordneten Grilic, Nachbauer, Johannes Rauch, Kickl, Mölzer, Schellenbacher und Strache. Für diese Sitzung hat das Bundeskanzleramt über Vertretung von Mitgliedern der Bundesregierung folgende Mitteilung gemacht. Der Bundesminister für Landesverteidigung und Sport, Mag. Hans-Peter Toskozil, wird durch den Bundesminister für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz, Alois Stöger, vertreten. Ich gebe bekannt, dass diese Sitzung von ORF 2 bis 13 Uhr übertragen wird. ORF 3 wird diese Sitzung live übertragen, wobei jener Teil der Sitzung, der über 19.45 Uhr hinausgeht, zeitversetzt gesendet wird. Und damit gelangen wir zur aktuellen Stunde mit dem Thema Technologischer Wandel als Chance für den Standort Österreich.